neben er hat die jutscher Boden es ist hier hat er noch 50er wird bestimmt streiten obwohl vielleicht doch ich bin mir da noch nicht sicher ich sag bleib bei so gern so ganz sicherlich nicht ich bleib einfach mal bei nein ne wird nicht reichen gut dann hier können wir gleich dann auf die baumfarm gehen und holz aber ernten irgendwo war doch die so gut dann Wand raus da schummel ich ein bisschen hinter den Öfen das kann ja so bleiben sieht ja keiner so hier und Du kommst noch zu mir Du kommst noch zu mir Siehst du So habe ich das vorher gar nicht gedacht Ich dachte einfach nur Der Raum bleibt jetzt erstmal so bestehen Aber So Passt das ja eigentlich ganz gut So hier schummel ich nicht Die ist kaputt gegangen Dann nehmen wir die Dann nehmen wir die Achso wir sind außen Ah ich verstehe gut Ich verstehe ich verstehe ich verstehe So Und dann Müsste ich hier runter noch Holz sein Holz Hier nicht mehr Wo komm ich da raus Doch Hä Achso wir wollen die ja eh eins Höher machen Äh Rausruppen Muss ich erstmal wieder alles in Ordnung machen Was ich da in der Aufnahme mit Max da verzapft habe Das war ja auch ne War ne Meisterleistung Ganz einfach Für die ich mich Da habe ich mich zwar schon entschuldigt In den Aufnahmen davor Aber für diese Sehr interessante Aufnahme Möchte ich mich nochmal entschuldigen Das war Ab und zu wirklich Sehr 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 unterstes Niveau Dafür möchte ich mich entschuldigen Tut mir in der Hinsicht Wirklich Sehr sehr leid Sollte sich jemand Angesprochen fühlen Oder Verletzt fühlen Es tut Mir Leid Sollte Sollte Prozent da ist schön das hat der war ja eine super Idee Und es ist auch noch Nacht Wo kommt denn da das Wasser rein Ach da Gut, müssen wir gleich zumachen Erstmal ist ja eh Nacht, gehen wir erstmal pennen Gehen wir erstmal pennen Und da guckt er mich schon wieder Er guckt mir genau beim Schlafen zu, finde ich ja süß Dass er mich genauestens beobachtet Hat was Ja, da haben wir noch, ne Gut, nehmen wir hier mal den Koppel weg Gucken nach Monstern Was war das denn bitte So, und zwar hier Der muss So, jetzt müsste das Ja, müssen wir Dann nochmal ran An den Wasserfluss mit dem Eimer Machen wir aber dann gleich bei Zeit Einmal wieder speichern So, den können wir dann nicht wegmachen Ist ja auch nicht notwendig Nö, das ist nicht notwendig Das ist ja eh Eckpunkt Jetzt seht ihr, der fällt ja gar nicht auf Weil es sieht's denn mit euch aus Was ist denn da überhaupt Holz? Achso, das ist das neue Verstehe Verstehe Das heißt, da muss gleich noch ein Erdblock Drüber Gut, hier dann Auch mal austauschen So, dann Dann Da Und da So So, und Fertig Und schon Sieht's denn hier ein bisschen anders aus So Hier müsste jetzt Holz zu sehen sein Ja, das ist Lässt dich das Irgendwie Mal sehen Lässt dich das beheben? Lässt dich das beheben? Warte mal Wir haben doch noch Lässt dich das beheben?